Läuft? Ja. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Test-Serie von Bild mit Bosch. Heute hier wieder im Test der... Stopp, Stopp Robin! Ich habe gesehen, Statistik bei YouTube, nach zweieinhalb Minuten sind alle raus. Wir müssen uns kurz fassen. Okay. Ja, ja. Also der Fokus ist ja in dieser Woche hier der Extender-Aufsatz vorne. Genau. Und wir haben ja die Bogenklappe gebaut. Ich würde vorschlagen, wir machen da einfach... Wir hauen so ein paar Sequenzen zwischendurch rein. Und ein paar coole Bilder. Ein paar coole Bilder. Wir haben ja die Tegonen noch gebaut, dass wir da den Extender nochmal im Einsatz zeigen. Vielleicht auch mit dem Winkelaufsatz vorne drauf. Genau. Und dann machen wir noch so ein paar sinnlose und heroische Kamera-Faden. Das ist immer gut. Das ist immer gut. Kamera-Faden gehen immer. Und ja, dann machen wir so ein paar Ambient-Shots mit der Kamera. Wo man einfach sieht, hier Gerätlicht irgendwie super klasse platziert in der Sonne oder was. Und dann zeigen wir den Leuten auch nochmal wie man den Extender-Aufsatz überhaupt auf die Maschinen drauf setzt. Ja, so im Detail vielleicht einfach. Dann sagen wir noch tschüss. Wir weisen vorher noch auf die Kommentarbox unten hin. Und auf den blauen Daumen nach oben. Den blauen Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, sind wir ganz kratz-fatz durch. Ja. Haben wir alles? Ich denke ja. Komm. Auf. Auf. Los. Los. Da seht ihr nochmal die zwei Bosch Schrauber 12V 15 FC aus der blauen Bosch Serie, die wir freundlicherweise von der Firma Bosch zum Testen bekommen haben. Vielen Dank fürs Reinschauen. Und nächste Woche bin ich alleine, da widme ich mich dem Termin, da widme ich mich der Sache des Bohrens in Metall mit dem Bosch GSR 12V 15 professional, FC professional. Abschalten, rausgehen, was arbeiten und was erleben, Spaß haben. Tschüss. Tschüss. Und jetzt abschalten.